Ja, 20 Cent, ganz wichtig, sonst geht das nicht. Das ist nämlich Lifehack Part 2. So, dann steckt man erstmal hier rein, keine Ahnung, also... Dann steckt man hier rein, dann tut man das rein, ganz normal, geht bei jedem Automaten hier. So, dann, also damit das nicht... Dann den Code eingeben. Das ist echtes, also man muss halt so 1, 2, 3, Punkt, 0, 8, 6, 4, 2, 3, Ehre. So, dann kommt es da raus, dann ist es einfach 20 Cent und 2 Euro. Das könnt ihr so oft vermehren, wie ihr wollt mit 20 Cent. Ja.